Hallo und herzlich willkommen zu den iFreak News, Ausgabe 95, Kalenderwoche 11. Schön seid ihr wieder dabei. Bevor wir zu den Themen kommen, ich musste ja ein bisschen schmunzeln letzte Woche. Am Montag haben wir noch groß über ein gelbes iPhone gesprochen, das Apple eventuell irgendeinmal bringen könnte. Und dann am Dienstag wurde das gelbe iPhone vorgestellt und wurde Realität. Das war natürlich ganz lustig, das hat gezeigt, dass die Gerüchte da sehr akkurat waren im Vorfeld. Ist im Moment zu mir unterwegs, das gelbe iPhone. Das heißt, wir werden uns diese Woche sicher einmal kurz das im Video anschauen. Wie gelb ist es? Wie sieht es aus? Wie unterscheidet es sich so in den Farben von den letzten iPhones, die wir da im Frühling bekommen haben? Wir gehen natürlich der Frage nach, warum gibt es nur die normalen Modelle und nicht die Pro auch? Und die wichtigste Frage, die wir ebenfalls klären werden, ist es so gelb wie mein Pullover und meine Lieblingsfarbe? Das gibt es diese Woche im Video, ein kleiner Teaser sozusagen, sobald das bei mir ankommt. Heute sprechen wir über zwei Dinge und zwar sprechen wir über Apple Music Classical. Das ist ein neuer Dienst, der starten wird, müssen wir darüber sprechen, für Classic Fans. Und ja, ich oute mich gerne, ich bin ein Selbiger und freue mich darum sehr, was da kommt. Und das ist ein Dienst, der kostet nicht zusätzlich für Apple Music Nutzer. Sowas sieht man bei Apple definitiv selten. Wir müssen natürlich darüber diskutieren, warum macht das eigentlich Apple? Und dann sprechen wir, und wir bleiben sozusagen beim Klangthema, sprechen wir über neue Sonos-Lautsprecher. Wurden letzte Woche vorgestellt, neue Lautsprecher Aero 100 und Aero 300. Da müssen wir mal darüber diskutieren, was die eigentlich können. Wie die so aussehen und wofür sie eigentlich gedacht sind. So, legen wir los mit Apple Music Classical. Ziemlich überraschend kam das, war glaube ich Donnerstag. Plötzlich hat man gesehen, dass im App Store kann man eine App vorbestellen. Aber eine App, die gar nicht zusätzlich kostet. Und zwar die Apple Music Classical App. Und da mit einhergehend startet Apple Music Classical. Das heißt quasi ein eigener Dienst. Ein eigener Apple Music Dienst, der sich an klassische Musik, also an Liebhaber von klassischer Musik richtet. Das ist neu, war zwar erwartet worden, wir haben auch schon in den Eifrig News darüber gesprochen. Schon länger geistert das ja rum, dass da was kommen können sollte. Es hat sich nur ein bisschen hingezogen, bis es jetzt wirklich startet. Aktueller Stand, 28. März geht die App im App Store online. Man kann sie jetzt schon quasi vorbestellen, wobei wie gesagt, sie kostet ja nichts. Und dann wird sie dann automatisch am 28. am Dienstag, dem 28. März, wird sie dann auf eure iPhones oder iPads runtergeladen. Was ist Apple Music Classical? Das ist ein klassischer Musikdienst. Wenn ihr Apple Music habt, dann gehört der quasi dazu. Das heißt, ihr müsst nichts extra bezahlen, wenn ihr schon Apple Music Kunde seid. Freue ich mich, mein Musik-Streaming-Dienst ist ja Apple Music. Das heißt, ich freue mich da sehr, dass ich da nichts zusätzlich dafür zahlen muss. Und ja, Apple selber spricht vom weltgrößten Katalog klassischer Musik. Über 5 Millionen Tracks sollen da drin sein. Natürlich hochauflösend, verlustfrei, bis zu 192 Kilohertz Samplingrate und 24-Bit-Auflösung soll es da geben, damit die klassische Musik ideal rüberkommt. 3D-Audio, also Dolby Atmos-Content soll es auch geben. Nicht der ganze Katalog logischerweise, aber gewisse Tracks sollen das auch können. Ja, und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ja, aber ich habe ja bei Apple Music auch klassische Musik. Stimmt, ihr habt da den einen oder anderen Track drin. Das Problem ist aber, wenn du klassische Musik hörst, wenn du Fan bist, wenn du etwas Spezielles hören willst, dann sind die ganzen momentanen Musikdienste Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, wie sie alle heißen, sind einfach von ihrem System her nicht clever dazu gemacht, da was zu finden. Weil die sind natürlich alle popbasiert. Das heißt, du suchst dir einen Interpreten, du suchst dir einen Titel, du suchst dir vielleicht ein Album. Aber bei klassischer Musik ist das ja komplett anders. Da suche ich ganz andere Dinge. Da suche ich mir zum Beispiel die Oper Don Giovanni, klar, die ist von Mozart. Ich möchte sie aber in der Aufnahme von dem englischen Orchester St. Martin's in the Field mit den und den Solisten. Also da sucht man halt anders, als man das normalerweise macht. Und das heißt, ich brauche auch ganz andere Art der Suche. Ich brauche andere Playlists, das muss anders kuratiert werden und so weiter. Also das ist auch der Grund, warum es spezielle klassische Streaming-Dienste ja schon gibt. Einen davon hat ja Apple 2021 übernommen, das war Prime Phonic. Das war genau so ein Dienst, da konntest du abonnieren und konntest quasi klassische Musik im Streaming hören. Der Dienst wurde von Apple aufgekauft, danach geschlossen und verschwand. Und seit da denkt man halt, ja okay, irgendwann wird Apple was Eigenes rausbringen, basierend auf diesen Erkenntnissen und diesem System, das sie mit Prime Phonic damals gekauft haben. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Ich freue mich sehr, ich muss sagen, ich bin ein großer Klassik-Liebhaber, vor allem Opern haben es mir angetan. Kommt wahrscheinlich von meinem Background. Mein Vater war Sänger und Schauspieler am Stadttheater viele Jahrzehnte lang, meine Mutter war ursprünglich Tänzerin. Das heißt, ich bin im Stadttheater aufgewachsen, war natürlich schon früh mit klassischer Musik irgendwie in Kontakt gekommen und höre eben ab und zu gerne klassische Musik, was nicht unmöglich ist. Fair enough. Also bei Apple Music hat es auch viele Tracks drunter. Trotzdem freue ich mich natürlich auf Apple Music Classical. Ganz einfach drum, weil wir da halt spezielle Playlists sehen werden, speziell kuratiert. Da werden spezielle Künstlersolisten, Orchester, Dirigenten vorgestellt werden. Also da haben wir natürlich noch so ein ganz redaktionelles Drumherum, was wir bei Apple Music bei Popmusik auch haben. Und genauso wird das bei Apple Music Classical ablaufen. Was interessant ist, ist, dass das nichts extra kostet. Also für die, die schon Apple Music haben, die können Apple Music Classical einfach nutzen. Ist im Abo-Preis integriert. Gibt eine eigene App dafür. Wie gesagt, das ist eben diese Apple Music Classical App, die ihr ab Ende März runterladen könnt. Aber das kostet jetzt nicht extra. Also ich muss nicht irgendwie das große Family, das große Prime One irgendwas Abo haben. Nein, ich kann einfach als Apple Music Kunde das nutzen. Außer natürlich, ich habe dieses, wie heißt das, Apple Music Listen Only. Das, was du nur da quasi über den Sprachassistenten, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, von Apple aktivieren kannst. Dieses ganz günstige Abo, da geht das nicht. Also ihr braucht ein normales Apple Music Abo. Und dann könnt ihr Apple Music Classical nutzen. Das macht Apple natürlich, um im Kampf gegen Spotify-Booten gut zu machen. Völlig klar. Also Apple Music hat ungefähr, glaube ich, 85 Millionen zahlende Nutzer. Spotify über 200. Das ist ein riesen Unterschied dabei. Also sprich, da muss Apple aufholen, da will Apple auch aufholen. Und das ist jetzt eben eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, das hat Spotify nicht. Wir bieten auch für Klassik-Liebhaber quasi einen Platz. Wir bieten auch für Klassik-Liebhaber ein Angebot. Und das gehört beim Apple Music eben einfach dazu. Das heißt, wenn ihr klassische Musik hören wollt und noch gar keinen Streaming-Dienst habt, klar, dann müsst ihr Apple Music abschließen. Aber dann werdet ihr natürlich viel eher Apple Music abschließen als Spotify. Weil eben Apple Music ab Ende März dann dieses quasi diesen Dienst hat, diese Möglichkeit hat für klassische Musik, Apple Music Classical. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich werde das dann sicher testen, ganz klar. Natürlich auch die Audioqualität auf Homepods zum Beispiel, die ich ja überall im Haus ein bisschen verteilt habe. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann auch tönt. Und wie das auch daherkommt, wie das auch so ist mit Neuem Entdecken. Neuem, da meine ich jetzt gar nicht unbedingt zeitgenössische klassische Musik. Aber halt, es werden ja immer wieder neue Aufnahmen gemacht, es gibt ja immer wieder neue Interpretationen und so weiter. Also wie Apple dann damit umgeht, wie sie mir das schmackhaft machen, dass ich quasi für mich neue Musik entdecke. Oder wenn ich halt ein Klavierkonzert von Beethoven gerne höre, was wird mir dann entsprechend angezeigt, was vielleicht auch noch passen könnte. Da freue ich mich sehr drauf. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ist ein anderes Genre, aber natürlich wird Apple auch da versuchen, so eine gewisse Intelligenz, die ja heute alle Streaming-Dienste bieten müssen, da entsprechend einzubauen. Dürft mir gerne in die Kommentare schreiben. Ist das für euch spannend? Hört ihr klassische Musik? Wenn ja, wie macht ihr das im Moment? Habt ihr vielleicht sogar einen klassischen Musikdienst abonniert? Gibt ja noch andere. Oder sucht ihr euch einfach das auf Spotify und Apple Music zusammen? Also würde mich natürlich extrem Wunder nehmen, wie ihr damit umgeht, wie das für euch ist, ob euch das völlig wurscht ist. Oder ob ihr euch, wie ich, mich drauf freut, dass da eben mit Apple Music Classical ein neuer Dienst dazukommt. So, wenn wir schon so schön an Musik hören sind, dann passt natürlich das nächste Thema perfekt. Sonos, das ist ja der Hersteller dieser Multiroom-Speaker. Die haben mal wieder was Neues gebracht. Ist schon eine ganze Weile her. Bis jetzt in letzter Zeit waren es ja vor allem so Soundbars, die sie gemacht haben für an oder unter den Fernseher. Und jetzt haben sie zwei komplett neue Lautsprecher rausgebracht. Wurden letzten Dienstag vorgestellt der Weltöffentlichkeit. Ich hatte ein paar Tage vorher schon die Gelegenheit, da mal reinzuhören und mir das Ganze ein bisschen zeigen zu lassen. Und ja, wir haben zwei Lautsprecher. Wir haben den AERA 100 und den AERA 300. Der AERA 100 ist ein sehr kompakter Lautsprecher für in die Küche, für ins Bücherregal, der eigentlich den Sonos One oder ganz vorher war es ja der Play One ersetzen soll. Das heißt, der Sonos One, der läuft dann aus und wird durch den AERA 100 ersetzt. Speziell daran ist, er tönt so ein bisschen mehr nach Stereo. Er hat deutlich mehr Bass. Er hat ganz generell ein bisschen mehr Klang, als wir das vorher vom Sonos One, diesem ungefähr so großen Speaker, gewöhnt waren. Interessant, definitiv, keine Frage. Aber ich sage mal ganz klar, viel noch spannender oder generell spannender ist der andere vorgestellte Lautsprecher. Und zwar der AERA 300. Der AERA 300 ist ein Lautsprecher eigentlich speziell dafür gemacht, dass ihr darauf Dolby Atmos Content abspielt. Also diese Art Musik, wo ihr da Raumklang habt. Hinten, vorne, von oben, von unten und so weiter. Und das Spannende daran ist, dieser Lautsprecher, der hat so eine recht witzige Form. Also wird dann schwierig, sich zu überlegen, wo man den hinstellen soll. Der ist jetzt nicht unbedingt fürs Regal gemacht. Ach, definitiv, der steht am liebsten irgendwo auf einem Sideboard so ein bisschen. Und dann, das konnte ich anhören, das war natürlich ein perfekter Raum, muss man auch wissen. Diese Demos werden immer in idealen Räumen gemacht, völlig klar. Aber es war super, super interessant. Der Lautsprecher ist ungefähr so groß, relativ schwer. Was schon ein gutes Zeichen ist bei Lautsprechern. Und hey, da hat es wirklich geknallt. Also nicht nur, dass der Bass großartig ist, dass wir da diverse Hochtöner, Tieftöner, Mitteltöner haben, die in alle Richtungen abstrahlen. Sondern dieses Dolby Atmos, also diese Möglichkeit, dass etwas von hinten kommt, von oben kommt, von oben links kommt. Und nicht einfach nur links, rechts, Stereo. Das hat man erstaunlich gut gehört für einen Lautsprecher, der so groß ja dann doch wieder nicht ist. Also ich war echt angetan bei der Demo. Ich habe natürlich Testgeräte hier, die darf ich aber noch nicht zeigen. Da wird es dann von mir aber Ende März einen ausführlichen Review darüber geben. Wenn ich all meine Playlists durchgehört habe und vielleicht eben auch Apple Music Classical mal drauf laufen lassen, dann werdet ihr dann erfahren, was ich davon halte. Aber die Demo, die ich genießen konnte, war schon sehr, sehr eindrücklich, muss ich sagen. Also es war recht krass, wie voll dieser Aera 300 tönt. Und spannend ist auch das Preisgefüge. Also der Aera 100, der ja den Sonos One ablöst, ist ein bisschen teurer geworden wie alles heutzutage. Der kostet 279 Franken, wenn er dann Ende März auf den Markt kommt. Und der Aera 300 kostet 499 Franken. Das ist aber für den Klang, den man da hatte, ist das eigentlich ein sehr, sehr, sehr okay Preis. Also das ist wirklich ein super Preis. Der Aera 300 übrigens löst den Sonos 5, den Five, nicht ab. Also Sonos sagt, er ist halt klar gemacht für, wenn du Dolby Atmos Content hören willst. Du kannst auch andere Dinge damit hören, völlig klar. Aber da macht er halt am meisten Sinn. Dafür ist er quasi optimiert worden. Und ja, ich war so ziemlich beeindruckt, wie toll der tönt. Und bin den im Moment eben gerade am testen. Natürlich wird der dann auch verglichen mit Homepods, mit zwei Homepods und so weiter. Also wir werden da natürlich ein bisschen Dolby Atmos Klang gegeneinander antreten lassen. Hier oben in meinem Büro. Nicht ganz ein einfacher Raum ist hier mit der hohen Decke. Das kommt dann der Testbericht in ein paar Wochen. Beide kommen raus Ende März. Könnt ihr die haben. Und beide haben eine ganz, ganz große Spezialität. Ihr wisst ja vielleicht, Sonos zeichnet sich dahingehend sowieso aus, dass ja eigentlich alle Streaming-Dienste unterstützt werden. Also egal, ob ihr jetzt Amazon Music, Apple Music, Spotify habt. Alles geht nativ direkt auf dem Speaker. Das heißt, ihr könnt dann per App oder auch per Sprache sagen, hey, spiel mir das und das. Und der macht das. Nicht so wie der Homepod, der ja nur mit Apple Music funktioniert. Also da war Sonos immer schon sehr, sehr offen. Was dieses Mal speziell ist, beide haben einen USB-C-Port. Und diesen USB-C-Port, den braucht man nicht für die Stromversorgung, sondern da gibt es einen Adapter dazu. Und zwar einen Adapter, der kann, wenn ihr wollt, zwei Funktionen haben. Die eine ist, wenn ihr wollt, könnt ihr da einen klassischen Netzwerkanschluss nachrüsten. Also ich habe zum Beispiel einige Sonos-Geräte, die habe ich wirklich per Netzwerkanschluss direkt am Router angeschlossen. Weil ihr wisst, Netzwerk ist immer besser als Wireless, wenn es die Möglichkeit gibt. Das könnt ihr nachrüsten. Das haben die standardmäßig nicht mehr dabei wie die alten Geräte. Die hatten ja noch einen direkt eingebaut. Aber, und da wird es viel spannender, ihr könnt auch ein Line-In damit nachrüsten. Also ihr könnt da zum Beispiel, wenn ihr eine super Stereoanlage habt, einen Plattenspieler, was auch immer, und ihr wollt das aber gern im Sonos-System auf diesen Lautsprecher bringen, dann könnt ihr das mit einem USB-C-Tool, Line-In-Adapter, könnt ihr das machen, den Sonos dann selber auch anbieten wird. Und das ist ziemlich außergewöhnlich, weil es gibt nicht viele Multi-Room-Speaker, also mehr Raum-Lautsprecher, die ja diese Clevere, ihr könnt die zusammenschalten, ihr könnt Räume zusammenschalten und so weiter. Und von dieser Art Lautsprecher gibt es zwar einige, aber da gibt es nicht viele, wo ihr wirklich einen Line-In-Anschluss habt. Also ihr halt quasi noch klassische, irgendeine analoge Quelle zum Beispiel, könnt ihr dann dort noch zuspielen und das Ganze dann im Raum, beziehungsweise im ganzen Haus oder in der ganzen Wohnung, wenn ihr wollt, verteilen. Also das ist definitiv ein interessantes Zubehör. Das kriegt ihr nicht mit, wenn ihr ihn kauft, ihr müsst das zusätzlich noch dazu erwerben. Aber das ist spannend und mit USB-C lässt sich Sonos natürlich quasi die, das ist natürlich future-proof, also das ist natürlich gut für die Zukunft. USB-C wird es noch lange geben, da kann man sich irgendwelche Dinge noch vorstellen. Ein digitaler Eingang, ein irgendwas, also da kann man sich einiges noch vorstellen und da ist Sonos natürlich dann bereit, wenn sie schon den USB-C-Anschluss haben, können sie da theoretisch, sie haben nicht gesagt, dass sie das tun, aber man könnte sich vorstellen, dass sie damit natürlich die Zubehörpalette in Zukunft noch erweitern. So, wie gesagt, Testbericht kommt dann noch von mir. In ein paar Wochen werden wir uns dann mal diese neuen Sonos-Lautsprecher in aller Gemütlichkeit und in aller Ausführlichkeit anhören. So, das waren die iFreak News, ich wünsche euch eine tolle Woche. Wie gesagt, bald sprechen wir über ein gelbes iPhone und dann gibt es sicher noch einen Testbericht vom Galaxy S23 Ultra, der auch schon ready ist bei mir. Das Ding habe ich jetzt einige Wochen getestet, super spannendes Gerät. Also da wird einiges noch gehen hier auf dem Kanal. Wenn ihr mögt, lasst ein Like da, noch viel cooler, wenn ihr noch nicht habt, lasst ein Abo da, dann freut sich YouTube und ich freue mich auch. Und ja, macht's gut, passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank.